Willkommen! Hallo! Ja, Sylvanas redet hier noch ein bisschen. Wir machen mal ein bisschen Seelenschmiede. Und dann wird das jetzt lustig. Ich dachte zwar eher, dass wir PDK kriegen, aber gut, die Seelenschmiede. Ist auch okay. Zwei Bösse, der in der Mitte hat eine Tasche mit 20 und 22 Plätzen. Geil! Ja, MHC hat da halt zwei Plätze mehr. Man kann beide Taschen anziehen. Lohnt sich. Oh, Sylvanas, Hals zum Maul. Hör du mal auf zu Polen und wenn mit Trockenhandel. Ich muss hier richtig aufpassen wegen dem Hexermann. Ja. Der könnte sein Dings aber mal ausmachen. Könnte er, macht aber nicht. Tja. Er will schneller laufen. Ich habe es beim ersten Mal auch nicht geblickt. Ich habe ja richtig lange mein Hexer nicht mehr gespielt. Das letzte Mal war zu PDK. Und da benutze ich den Spei so und, hä? Ich sterbe auch fast so und denke mir so, hm. Hm, hm, hm. Ich habe den dann einfach oben weggeixt. Und dann habe ich den Skill nochmal in meiner Leiste gesucht und dann habe ich es da drüber ausgemacht. Immer wieder. Jetzt geht das eigentlich auch. Muss gehen. Ja, muss man nur erstmal drauf kommen, wenn man es nicht weiß. Ach, das ist ein T6, Anrohr, T5? Ne. Was denn? Nichts. Komplett normal. Hm, cool. Ich habe die T's jetzt nur mit meinem Schami. Okay. Dann sind wir jetzt hingewonnen. Aber du willst mit dem Krieger auch noch Raum, ne? Ja. T5 nicht, weil es hässlich ist, aber... T6. T7. Mhm. Aber nur das 25-Mann-Set. Mhm, ich will ja nicht mehr mal T5 haben, ey. Ja, aber es ist ja nur noch die Schultern. Ja. An sich trage ich ja mal T5 schon. Bis auf die Schultern halt. Ja. Das sieht so hammergeil aus, ich weiß nicht. Ja, tut's auch. Das sind halt auch genau die Rüstungssets, die bei Dings benutzt wurden. Ninja in the night. Ja. Don't exploit a ninja. Don't exploit a ninja. Ja, we were all black. Clomp, repeat, Clomp. Höh, locate an eye of the dragon. Brrr, brrr, brrr. Nein, ich wurde gestaunt! Mann, der End-Boss wird richtig geil Bei dem Damage, den wir haben Bratzen wir echt noch irgendjemanden weg So, sind wir gleich auch schon beim ersten Boss So Hm, der Zweite hat ja voll den lustigen Namen, ey Der Verschlinger der Seelen Der erinnert dich, wird dich ein bisschen an den ICC erinnern Ja Ich überlege gerade den Namen von dem Boss Dieses hässliche Gesicht halt Ja, der Kopf da Das können Geschwister sein, ey Zwillinge, iiih Ich will gar nicht wissen, wo das rausgekommen ist Aus dem Gesicht Und sonst Was ist ein Gesicht? Das Gesicht kommt aus dem Gesicht raus Hm Ja, natürlich, was ist aus dem Gesicht herkommen Ja, Amios Vielleicht aus dem fetten Kein Bermutterhals, ich weiß es doch nicht Wo das Ding herkommt Vielleicht gezüchtet Pfff, frag mich nicht Hallo, Mann, der haut mir richtige Löcher rein Mann Scheiß, Dreck Der haut richtig Löcher, Mann Ja, ne geile Sinne, ey Teleport Lauf mir lieber in die Mitte Wobei So viel passiert da auch nicht Gleich Das Ding tot ist Da Er hat mich schultern Geil, wir haben Es werfelt auch nur einer drauf Ja, ich Ich glaub Mal eher Das sind ja jetzt Schultern Das sind Schultern Die du gerade mal echt gebrauchen kannst Ja, sind sie auch Definitiv Sind die besser Ja Ich gucke die Musik her Mein Arter spielt oben Rock-Konzert Weißt du, Arter spielt Rock Ist voll cool, die Idee Oh Mann Die Musik passt nicht ganz Ne, die passt überhaupt gar nicht Ich dachte schon am Anfang Hm Läuft meine Musik noch? Ne, ich hab nicht so'n beschissenen Geschmack Aber Läuft die Lacher? Ah ne, das kann gar nicht meine sein Ich hör nicht so'n Schmarrn Ja, das stimmt Kann doch wahr sein Heileffektum 75% reduziert Musik ist aus Ja, leider Hat jemand dann den Strom Das hätte den Strom gezogen, ne? Arter, sie haben ihre Stromrechnung nicht bezahlt Hauptschalter aktiviert Rausgerissen Keine Ahnung Okay, wir sind fertig Wow, das war jetzt wirklich ne Atemberaubende Inni, ne? Du hast früher länger gebraucht als jetzt Hui Ach, das Ding ist eh toll Scheiß Das Ding kann reden Natürlich Es hat nen Mund Es hat sogar drei Du kannst dreimal so viel Nein Ach ja, bei dem roten Strahl sollte man Damage Stop machen Teddy Kay hat's mitgekriegt Boom Aber ist nicht so schlimm Er selbst hat auch drauf gehauen Ah, jetzt Jetzt kommt so ein roter Strahl gleich irgendwo raus Oder? Der feste der Seelen Nein Vielleicht kommt noch so ein anderer Atomschlag Weißt du den? Das ist egal Nee Die macht manchmal auch so ein Einfach so ein Strahl Plattenschuhe Tank Meins Mein Deutsch Guck mal, jetzt Greeden wir hier noch Epics ab, Mann Voll gut Ach Jetzt wäre ich schon fast weiter Entweder melden wir neu an Oder wir laufen einfach gleich direkt durch Ich würde sagen, wir laufen direkt durch Triff Silvanas im Eingang irgendwas für'n Arsch Direkt weiter Ah, Level 10 GZ Der Ars ist da Voll die geile Idee Ich würde sagen, dann melden wir einfach stumpf an Wobei Ich hab ne migrate ne mica IX Lalalalalal Lalalalalal Ich glaub, Lotterie-Glück verlieren wir dann aber Wir müssen glaube ich Neu anmelden Ja, wir unterbrechen aber mal die Aufnahme Oder Wollen wir alle drei am Stück Alle drei am Stück? Ne, das ist ja ein bisschen lang, oder? Ich bin meiner Aber seid ihr? Wir sind da durchgegangen Ich auch Ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns In der nächsten Runde In Gruppe von Saron Ja, bis gleich Bis dahin Tschüss